Guten Abend. Die Lage in Venezuela ist extrem angespannt. Das Land steht kurz vor dem Kollaps. Ein Land im Ausnahmezustand. Tausende protestieren gegen die Sonderbefugnisse von Präsident Maduro. Gegen Hass und Gewalt. Französische Polizisten protestieren gegen gewaltsame Übergriffe bei Demonstrationen. Und ein Museum ohne Ausstellung. Warum das neue Museum für palästinensische Kunst und Geschichte in Biaseit leer steht. In Venezuela spitzt sich die Staatskrise weiter zu. Nachdem Präsident Maduro am Montag per Dekret den Ausnahmezustand verhängt hat, wirft ihm nun die Opposition totalitäre Tendenzen vor. Konservative, liberale und sozialdemokratische Parteien fürchten, dass die Regierung mit ihren Sonderbefugnissen die Demokratie zersetze. Über ein Land im Ausnahmezustand berichtet Anja Walterheit. Er gewinnt noch immer Vorwahlen, doch eine reelle Chance hat er keine. Im US-Wahlkampf der Demokraten liegt Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders weit hinter seiner parteiinternen Gegnerin Hillary Clinton. Dennoch will der 74-Jährige weiterhin im Rennen bleiben. Was der lange Zweikampf Sanders-Clinton für die Demokraten bedeutet, dazu der Bericht von Alexander Wolkers. Wir machen einen Sprung über den großen Teich und blicken in die Türkei, wo eine eh schon kleine Opposition demnächst noch kleiner werden könnte. Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP versucht gerade mit einer Verfassungsänderung die Immunität von Abgeordneten aufzuheben. In einer ersten Vorabstimmung stimmte eine Mehrheit des Parlaments für die Aufhebung der Immunität. Am Freitag findet das endgültige Votum statt. Sollte es die nötige Zweidrittelmehrheit erreichen, würde die pro-kurdische HDP faktisch aus dem Parlament fliegen. Marina Mekawi berichtet. In Frankreich hat es auch heute Streiks gegen die geplante Arbeitsmarktreform gegeben. Lastwagenfahrer und Eisenbahner-Gewerkschaften legten ihre Arbeit nieder. Gegen die zunehmende Gewalt gegen die Polizei gingen heute in Paris französische... Ja, die Terroranschläge, der immer noch geltende Ausnahmezustand, die gewaltsamen Proteste gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform. Frankreichs Polizisten sind am Ende ihrer Kräfte. Vor wenigen Monaten waren sie noch Helden der Nation. Heute fühlen sie sich als Schläger-Truppe diffamiert. Wie angespannt die Situation derzeit ist, das haben sich Patrick Schulze-Heil und Julie Lüldrü auf einer der letzten Demonstrationen in Paris sich angesehen.